B gewonnen B gewonnen, ja C Gleich weiter laufen, ne? Der einzige Ron Der einzige Ron da läuft das C, oder wie? Ja, dann macht man wieder auf, genau Genau, mach gleich weiter Ich hab jetzt A mal auch aufgemacht Spaßeshalber Wipeout fährst du nach oben, dann bleib ich mit dich Das werden ja ein Snake-Eye Ist das nicht in die Hose? Ist das nicht in die Hose? Ist schon interessant Ist, ist Bumpf Ah, hier ist... Cooler Account auf jeden Fall Berserker 120, komm den machen wir platt Ja, schieß den Mongo raus und gib ihn mal gut Der, die, die Sau, die Sau mit seinem Upper Schnapp den euch Die dann blind halten dann Da oben ist noch was A2, Ubert, Ubert, Ubert Ich glaub, Hedgehogs, ich fahr hoch Ich hab auch Hedge mit Sauber, Frinky Wie auch immer er mich treffen kann Das, das nennt sich... Der hat einfach geschossen, da fahren so viele rum Ah, das nennt sich Ah, das nennt sich Das nennt sich Das nennt sich Der frisst gleich ne Ladung Torbenobomber, wenn ich das richtig sehe Oh, ich versuche mein Bestes, ne? Dann zeig mal was du kannst Ja, nix Okay, gehst du nur auf das U-Boot, brauchst du Unterstützung Ja, das sieht doch nicht schlecht aus Also die Schiffschraube ist... Also die Schiffschraube ist... Na, waren... waren 10 Damage, ja? Boah, das ist so... Zwölf... Dieser Zap war oben im Norden auf A1, A2 Äh, der Kilo war gerade weg, dann kam meine schon an Die haben sich schon abgetaucht Äh, also... gecrashed Okay Abbau vor! Warte mal, T, wie war der D? F4 Klappt das jetzt mit dem Abbau, oder? Wie ist das jetzt? Ja, ja, ja Ich war letztes Mal nicht da Funktioniert dann... Dürfen wir ihn nicht benutzen Ich hab schon nachgefragt Ich wollte ihn nicht machen Ja, ne Ich hab... ich hab gegenläufige Informationen Rein theoretisch, ja Praktisch machen wir es nicht Gar nicht offiziell Und jetzt fertig Oh, das wird nichts auf B Auf B haben wir... Drei, sechs, sieben, acht BBs Ach, BBs Naja, der Fucker kommt doch gleich Wie sieht's bei euch aus, Viper? Wir handen ein U-Boot Ja, wenn ich unten da Angst vorhin hab Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob der Ströler-Account da... So nah drauf hat Nein, wenn das russische Schiff ist, nicht Ich weiß nicht... Wenn der sich jetzt so verkackt in den Border stellt Dann bin ich den auch mal Hehehehe... Boah, U-Boot 5D Ach... Ach, da... Ach, da ist... Da ist ja nur eins drin Hehehe... Ups... Im Süden ist auch noch eins Das ist tot Ups So, und das Zweite, was oben war, ist garantiert in die Mitte runtergefahren Ja... So würd ich's machen, wenn ich merke, dass... Dass mein Gegner fast kein U-Boot hat Ja, weil der Mitte fahren C-C-V ist ja total sinnvoll Mir wurde letztens noch ein... Ja, richtig südlich... 5... Mir wurde letztens noch... Mir wurde letztens noch erzählt, dass bei OSP zu viele Leute U-Boot fahren Ja... Eigentlich schon Ja, und heute hat kein Schwein davon da Halt, ich bin da Du bist ja kein Schwein Okay, sicher Du bist ein böses Schwein Genau, du bist ein böses Schwein Der steht in der Border Eine Kuh Der hat sich hier oben reingestellt, ihr Wichser Warte, ich fahr mal oben rinnen, darf ich? Warte, warte, meinst du echt, der hat sich... oder ist der, der ist nach Süden gefahren? Na, war dann nicht der selber, als sie hinter den... Na, hier in der Mitte ist auch einer, Mensch Und bei 30,50 sehe ich ein U-Boot im Schatten Koordinaten bitte so auf andere... Anderer Ebene Tja, jetzt... Jetzt siehst du ihn noch, A4 Und auf... Was? Genau da, genau da, wo der Schatten ist Kann man sich nur noch umstundeln, Armin Nö 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 Nils, wenn du mitfährst, musst du dir überhaupt simpel Er taucht Jetzt knallt er den Arsch da weg da Also er taucht Ah, ein, zwei Treffer Oho Tja, da ist die A-Linie, kann man vergessen Weg ist er Ups War beim Glücksschuss, muss ich sagen War beim Glücksschuss, muss ich sagen Nicht lesen kann, oder? Manche, ja, ja, das ist die Scheiße Deswegen solltest du es früher sagen Zumindest unsere Außenländer haben wir mit Discord noch eine Kopfverbindung Also hier sehe ich einschüsse mindestens drei, vier, fünf BWs Super Ja, das ist gut, wenn wir noch ein bisschen Action haben Das passt schon 8 BWs Sind wir los, Mats Streng nicht an Herr Freitau, Alter Da ist los dran Machen wir mal für den Video Mal da, Russensechser Also lehre Ruffer runter Schall in der Mitte Zwei Russensechser hoch Und noch ein bisschen Kinderkacke Ja, vier Ja, fünf Uhr Router Alter, fünf Uhr Router Fünf Uhr Router, drei Vier CVs Und knapp zehn BWs Also schon einiges Ich glaube, dass wir noch nicht holen Aber wir können ein bisschen Spaß haben Keine Zeit Keine Zeit Keine Zeit Ja, kommen wir wieder zum Nix Dann kommen die Torpommern Ja, ich muss wieder raus Ich hab wieder keinen Chat mit dem Scheiß-Login Franky, du musst nach oben Da fährt eine Schalle als Linienführer Franky, du musst nach oben Da fährt eine Schalle als Linienführer Komm, geh pennen da Oh, schieße ich rüber Sitze im Ongo Ich passe auf in der Mitte Wer ist da? Oben Best of Chill Wieder aufpassen Ihr kreuzt euch da oben Dann kommt das Das ist noch eine L2, da oben oder? Da kommt wieder Torpommer von dem CV7 im Süden Ja Lass ich mich es hochdrehen Scheiße, du weißt, ist überhaupt nicht ein Flutschet ein bisschen zu tun wir waren nicht so aggressiv die mitte wäre dunkel weiterfahrt zurück Oh, Schilli hat auch die Nebby für sich wieder entdeckt. Ato, Ato ist auch zu. Komm, der Schall ist. Ist keiner Standby im Moment, okay. Auf jeden Fall ist keiner, den ich verfliegt hätte erreicher. Wer war schon im Süden? Und acht BWs brauchen wir hier nicht rumspielen, ne? Nein, nein. Hat sie noch was erreicht geklärt oder eher nicht? Ich habe keinerlei Überblick, ich bin nicht reingekommen, ich weiß nicht wo meine Leute sind. Ich habe eben Standby nach B gerufen, kam keiner. Also nehme ich an, dass alle irgendwo im Battle sind. Welche warum sind denn im Battle? Also Cesar läuft, Dora läuft und Emil läuft. Im Emil fährt der Itzshark allein im PS. Sie werden wir nicht halten. Dora ist im Main 2 drin. Ja, Dora wird geholt. Nur noch eins hat. Okay. Dann können wir schon mal rauskrischen, das wir dann gleichzeitig wieder neu abmachen. Naja, oder halt die drinnen. Dann halten wir also. Okay, dann halten wir also. Okay. Naja, verbindet jetzt nicht Material in der Wals, ne. Ja, wir verschwenden es ja nicht, es ist halt nur, dass wir, äh... Gute Nacht. Oh, hallo Jörg. Hallo Jörg. Sorry, Beck. Äh, Chris fahrt zurück. Powder zurück. Ja. Gesundheit. Dora ist safe. Gewonnen. Zeitpunkt. Shit. Dann machen wir mal Räume stand bei, würde ich sagen. Alfa, Bravo, Cesar, ne? Naja, gut, den Dora schafft man. Ist das eine Frage, oder noch bleiben? Wo bist du denn denn? Cesar? Habt ihr ihn gewonnen? Ja. 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 Das wird nichts mehr. Das war von Anfang an schwer. Dann kriegst du jetzt, oder kriegst du ja nicht. Dann siehst du ja nur aus. Ja, okay. Ja, krass. Und leider. User joined your channel. Also jeden CV, der so nahe hat, fährt jetzt bitte mit nach vorne. Weil oben unten haben wir einen SS, weißt du? Entschuldigung, ist das dein Bombard-CV oder? Ja, sicher. Bombard. Das werden wir hier auch brauchen, mit 3,5 BBs. Ich werde später glaube ich spielen. Oh, jetzt schau, ich hab's geküscht. Oh, ich hab's geküscht. Ich hab's geküscht. Was ist denn auf E? Auf Dora sind 6 BBs. Nehmen wir bin ich auf Ö. Ja, da kommen wir durch. Ja, da kommen wir durch. Da kommen wir durch hier auf C. So, im Norden jetzt sammeln. Und dann im Norden drüber. Und dann unten. Das, 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 das sind, das, das sind, das sind, das sind nur vier hier. Da fahren wir drüber. Aber fahr bitte nicht einzeln rein. Komm. Kannst du mal ein bisschen clever. Ein bisschen mit dem Geld zahlen. Guck mal, Bertha. Während sie da kann ich verloren. Ich bin in Dora drinnen bei Cat. Ach, du bist super gehöpst. Ah, okay. Ja. Wenigstens das. Und das Problem war, mein Spiel braucht knapp 10 Sekunden, um sich zu aktualisieren. Ja, und deswegen konnte ich das verlieren blicken noch. Konnte gar nichts machen. Rein drin, Sonny. Nicht so viel selbst. Alles gut. So, dann war ich dann da für den anderen, oder soll ich oben gehen? Oh, Johnny trifft, das hat geübt. Was machen die denn da unten? Lass die unten machen. Wir fahren oben. Wehrt noch einer mit hier? U-Boote, da oben. Er ist halt auf U-Boote, mag ich auch nicht. Ich bin mich heute und spielbar. Der sieht mir die Schiene. Können wir hier an Squad vorschicken? Bin zu grad zu blöd dafür. Ah, das ist alles. 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 Hier haben wir hier haben wir eine Bombe in der Toppie an Europa. Wobei, das ist schon geil, fast. An Europa? Okay. Ein Zugräser 6-5, aber das ist ja geil, das scheiß dich nicht. Weil das stehen Russen da ein bisschen ärgern kann in der Mitte. Oh, mein Freund, wer hat mehrwertig gehofft? Boah, Mauer. Der Russen ist weg. Der Russen kommt. Incoming. Könnte sogar was werden hier. Ich brauche nur immer Fight-Tech-Cover. Das wird das Problem. Wir sind so viel Bombe in der Luft. Und der eine Fighter, der hier rumfliegt, der ist gar nicht mal schlecht. Alter, der ist so buggy, der Game, Alter. Der war auf Dora und mit der Wald. Ich weiß nicht mehr. Ich hab hier auch. Ich drück rauf, stell den Winkel ein und dann... Auswehr selber seid ihr. Also, ich bin Taiwan. Los, einmal frei. Ja. Bei mir auch. Taiwan ist gut. Bei mir nicht. Ich glaub ich Chansen oder so. Ich hab Internet-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Ja. Haha... Das ist bei so hier, bei uns in Deutschland, kann ich dir erzählen. Eins U-U-U-U-U-U-U-U-U. Ja Ja, ich bin auch US-West und das läuft... Tippi, du ... Deswegen läuft das bei mir, ey... Nein, bei mir auch die US-West, kannst du auch vergessen... der US geht auch nicht mehr. Oh... Ich bin gleich weg. Das macht' dich vom Wir sind denn jetzt die U-Botte hier? Jetzt hab ich keines gesehen. Teddy, hast du Hedgehogs? Aber Sishi! Dann lass ich dich mal vor. War er nicht gerade eben so? Nee, fang sie. Passt schon. Ich bin auf Metac angewiesen, ich brauch seinen Sinar. Ich hätte ein Iowa hin. Bisschen Luft habe ich noch. Oh mein Gott. Ich kann natürlich auch wieder oberheat fahren. Look'n back. Soll ich jetzt noch bis A1 durchfahren als TV? Ich wusste ja, da ist ja kein U-Boot. Wie wirst du denn sonst was U-Boot finden, wenn du da hinten stehst? Also ich hör hier noch Erkrankung Zeit. Ja, über mir. Was ist das? Das muss ein japanisches U-Boot sein. Oder US-U-Boot. Französisches U-Boot. Wahrscheinlich stehen sie außerhalb der Baller irgendwo rum und gibten sie ihn ab. Nee, der war unten. Der war manchmal noch 4-B war der. Na, Medi war die ganze Zeit hier, da war nix. Ich kann sagen, äh... Ich kann nicht sagen, also die Nebenrohrer noch klatschen die mit mindestens 4 SS-Heber zuzu. Also die haben genug Leute. Gut. Ja, jetzt gehört, Alter. Die klatschen, das war die BBs raus. Unsere Gastarbeiter, aber... Ja, gut. Ah, das hat klar, was wir gefahren haben. Haben wir keine weiteren Roboter? Ja, launch aber... Nodeln! 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 Komm grad ins Land. Nodeln! Sehr schön, Mats. Sehr gut. Nimm diesmal mal so mit normalen Shapes. 20 Uhr. Achso. Wenn einer im CV nicht reinkommt, sagt Bescheid, dann bin ich ganz schnell raus. Alles klar, es kommt. Einschüsse, C3. Ein einziger Einschuss. Dann weg durchraschen. U-Boote suchen. Los geht's. Die haben mich gleich rausgekommt hier, die Wichser. Kannst du ganz rausgehen. Wir haben den Raum... Selbstverständlich im Kärsenkampf. Ich will keine Schalle mehr fahren, ich will jetzt Guild beweisen. Ein U-Boote, damit der fährt nach hinten. Ey. Japanisch ist ein Boot. Also mit Flieger. Jo. Boah. Jetzt hab ich aber Angst. Dacht ich mir auch gerade. Die haben zwei CVs, ja dann. Wegen nach vorne. Ja, ja. Ja, die haben vier Torbomben hier drinnen. Also nur mal so. Wir haben's keine Falter, ist doch schön. Jörg, du brauchst nicht weiter Richtung Siegen. Es reicht, wenn du nach vorne hältst. Ja, ja. Verlengen die CVs. Verlengen die CVs. Verlengen die CVs, sonst geht. Verlengen die. Ich stelle die zwei CVs in der Mitte zu. Zumindest den hinteren und den russen. Oh, der ist eh gleich tot. Russen CVs, down. Mann, mach mich arbeitslos. Nicht mehr. Nimm ich mir. Wer hat eigentlich immer einen CV Platz gesetzt? Ich habe den Glieder verloren. Einer von der, von der, von der, von der Katzen. Okay. Wo war denn ein schöner Berichter hier? Der hat bestimmt 15. Jo. U-Boot Raub, G3 U-Boot Raub G3, der läuft direkt rein bei uns U-Boot Raub U-Boot Raub U-Boot Raub U-Boot, U-Boot, bei mir Ja, bei uns ist auch noch eins Wollt schon mal gucken, wie weit die Otago-Tops gehen auf Short Leute aus der Schussbahn, da kommen jetzt Torps U-Boot, Trollweg da U-Boot hat die Otago für sich entdeckt U-Boot, Wagt sich keiner da in meine Schussbahn zu tauchen U-Boot, ne ne U-Boot, der taucht nie wieder auf hier U-Boot, wie viele O-Boot, hattet ihr gezählt hier im Raum? U-Boot, 2 oder 3 müssen es sein U-Boot, mindestens 3 U-Boot, Nord-West-Ecke ist noch eins U-Boot, da müssen wir in Weitenweite keinen Sinn machen U-Boot, Achtung Jungs, Tops U-Boot, ich hab nur 2 gesehen U-Boot, ich hab nur 2 gesehen U-Boot, Naja, den drehe ich ab U-Boot, ja, ich hab gesagt U-Boot, damit das Tauchen wieder aufhört U-Boot, da ist es wieder Und das ist gefährlich, das ist gefährlich mit den Torpedos Lasters, ey. Das kann gefährlich nicht hier, ey. Damit ist es. Damit ist noch ein... Ist das nicht das? Die U-Boote am Ende haben es sich zu suchen, die sollen nur die U-Boote aufspüren. Das ist im Norden nämlich ein Loch, da ist Paula, da ist kein Loch, gut. Ja, ich hab da noch keinen Sonamen hin. Aber ihr könnt ja jetzt die Main, was ist denn da auf D los, macht ihr da jetzt gerade 2 CVs, VBS, VSS. Also. Alles ist weg, muss auf 1 SS. Oder 2, wollte ich gar nicht genommen. Hä, wir brauchen mehr FF. Mats, hast du den Raum schon eingenommen, oder was redest du so viel? Ne, ich bin nach vorne hier vorne. Ich glaub, den Hedgehog sind noch mehr nach vorne. Wo bin ich aber nicht vorne, ne, Idioten. Außerdem red ich immer, wie du kennst. Wie taucht auf, wie taucht auf. Ne, taucht auf, was ich da treffen muss. Feuer frei. Samba. Deleted. Das war links oben. Das muss in der Mitte sein. Neutralized. Das kann nur ganz unten in der Ecke sein. Kann ja auch sein. Eins ist ganz am Anfang hochgefahren. Aber bei A1. Eins war auf B3. Und kriegt das hinten in der Borde. Das ist japanesisch. Ihr müsst A1 links oben aufscouten. Da ist irgendwas. Also da könnte was sein, meine ich. Oder das ist dunkel. Ich bin unterwegs, aber ich hab keinen. Da. Wartet mal hinten aus. Boah, dann so'n Scheiß. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Vorsicht, Chris. Da gehen wir. Der hat gesessen, Alter. Das ist japanischer. Komm, Chris. Fall auf. Chris, schweißen wir aufs Deck. Ja, Mann. Oh, da war aber ein Kunstschützer. Merk, wer war das? Ich. Mutisch. 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 Was soll passieren? Na ja, das ist noch ein 16.000 auf 11 runtergeschossen. Aber er lebt noch. Lebt. Was macht der denn hier da? Macht der denn auch irgendwie Freundschaft oder? Zwei für mich. Zum Rotwein-Mann. Weißt du denn hier mit Lars und Dings fahren die alle woanders? Okay. Knapp sechs, sieben Einschüsse dürfte eigentlich zu packen sein. Nee, Lars ist hier. Und der Süden sieht schwach aus. Den auch nicht. Also unser jetzt. Euer Wartelicht. Proer Bayern. Ihr seid zu dritt oben. Ich glaub, die Verteilung muss nicht optimal. Ich fahr im Süden und Mats sagt, der sieht schwach aus. Danke, danke. Oh Flora. Aua, Aua. Komm Bayern. Bayern ab. Weck du die Mitte ab. Ruhe macht Nord. Ruhe macht Nord. Ruhe macht Nord. Ja, sehr gut. Warte, ich finde den Winkel gleich. Sony ist das da vorne. Okay. Ja, äh. Ja, in die Uhr brauchst du die Tourbommer. Hallo. Ähm, ich bin ja morgen auf dem Flohmarkt. Oh, da dritt mich der. Da war mal ein bisschen falsch. Da war mal ein bisschen falsch. Oh, ein Schweineböster. Hast du auf jeden Fall alle eingesammelt? Ja. Fleißig fleißig, Cat. Ja, eventuell. Wollte ich ja mal gucken. Jetzt hab ich die Feuerwehr in der Luft, haha. Ja, meine Bomben wird abgefangen. Achso, ja. Mayday! 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 Wenn das die Queen Mary da oben war? Ja, ja. Ja, ja. Dann macht sie das nicht nur rein. Ja, ja, ja. Warum wart ihr ihn jetzt vorhin im Süden schon so weit zurück? Ja, Druck machen, Leute. Wo ist noch mal Druck? Warum ist Bessig? Ich weiß nicht. Gib ihm. Ja, die, die waren rückwärts. Das sollt ihr nicht tun. Ja, wunderbar. Warum die, 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 die Schummer? Ja, die Schrahlenroten, hol die mal raus. Die zwei main war in derбоa. Ciao! Doch, ich mag eben nach zwei Minuten noch telefonieren. Well, klar machen wir. so jungs raum zusammendrücken jungs die schnauze und jetzt gleich machen wir zusammen vor med jona ich bleibe erst mal stehen ich warte auf den ach so dann habe ich nämlich angelockt mal sehen ob er kommt raus 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 er will dich so und jetzt stehen wir zusammen ein bisschen im ziffer und dann kommt die zweite bombe nicht mit mir ja ich habe ich bin ja scouting deswegen steht er ja da ja weil ich ein scouter schön schön abgefangen der topbomber macht den mal weg der kriegt richtig frust mit seinen bombern da und ja hätte gesagt dass der topbomber hier kommt aber ich noch ein bisschen näher angefahren da hätte ich schon erwischen können macht die nächste probiert schon wieder hat die attack ist schon gelohnt auch ohne tops ach jetzt kommen fighter zur unterstützung wie süß ja warte mal wenn die kleinen wochen lass warte mal ne vielleicht fränky nicht alleine passt passt da ein bisschen auf wegen der schalle oben im norden die amagi ist alleine ja aber ich brauche immer hilfe aber ich stehe fast die steht schon die ist halb halb voll bluster ja moment da komme ich schon fast dran moment ich bin damit beschäftigt diesen scheiß tv zuzusteigen mit diesen schrottfeiter ich fahr kurz zurück luft holen ja ja ich auch ja ja vorhin geht weiter schaue ne hatte ich aber wo wurde ich hier nicht mit das geht nicht aber wo wurde ich das noch irgendwas durchwitzig nö nö das weg haben wir das ja jetzt später jetzt so kommen ist ja kein anderer du wollte noch nie so kriegt ihr im norden mal irgendwann jetzt hin mit eurem bombern weil ansonsten wird es ja ziemlich langweilig ja ach je jetzt hab ich ja schon fighter bei amis auch noch wer ist denn das eh ne halb so wild also um ist die queen mutter mittler war das vorderste schiff steht auch danke wirklich gute fahrung kommt er sagt damit er gar nicht gesehen ich weiß nicht der kam okay von vorne zu von unten er hat mich gerade in fronten also ist doch noch nichts der finanz quatsch na eine andere ist noch da ich war ein bisschen vor und schmeißen potter ob es dann geht und ich mache mich jetzt auf dem acker noch nicht bei dir gehen wir los ausgeschickt auf c2 ja bitte ich ja die sind tot die bomba Naja, die Nebby. Na, pass auf. Das Fahrrad hat komplett gefressen. Mach mal an der Lichter. Ein Hit noch. Oh, pass auf, da kommen ein paar Orle. Ja, die Nebby wäre auf jeden Fall wichtig. Da ist der Berserker da so weit vorne stand, ey. Maddy, ist mir da? Ich sehe es. So, jetzt geschehen mal angreifen. Da ist er, Maddy. Ja. Ich bin jetzt da. Das ist jetzt Futter für dich. Wie oft soll ich dir auch sagen, dass ich ihn sehe? Lass mir manchmal auch zu. Du bist nicht mitgefahren, deswegen... Ich habe dir gesagt, ich fahre nicht gleich mit. Ich hole noch Luft. Ohne, ich drück hinter dir vorbei. Naja, das kannst du im Norden machen. Das waren so zwei ZFVs und eine kaputte Schale. Vorsicht, Florigas, wir kreuzen. Naja, der Süden ist spannend. In Norden sollte machbar sein jetzt. Ja, deswegen. Und der Süden, nimm bitte Carlos. Also das U-Boot hier, den Bayern U-Boot, nimm bitte Carlos. Schale ist raus im Norden. Ja. Ich auch. Naja, es war abgelenkt. Das... Toni, pass auf. Aus der Mitte. Die... Die sind in der Mitte. Die kommen zurück. Ja, ja. Ja, Toni ist noch dran. Oh, die Schauer hat gar nichts zu mir. Die Schauer ist zu mir. Vorsicht. Oder was immer da eben auf mich geschossen hat. Und der geht nicht auf diesen... Naja, weiß er. Komm ich doch nicht ran. Oh, hab keine Falte mehr. Naja, ich habe keine Falte mehr. Ne, 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 ne. Naja, ich habe keine Falte mehr. Ehh, vorbeigeschoss, mein Gurt. Und auch, Hedges. Alldude, alldude. 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 Naja, alldude. Vergiss das mit im Norden drücken, da schießen nicht zwei raus aus der Mitte Ich würde dem Norden gerne helfen, aber die Stadt gerade versenkt Ich tue das, der Land gewinnt, genau Du, wie sieht's denn außen aus? Da ist kein Durchkommen, aus der Mitte müssen wir die wegdrücken Ja klar muss die raus, in der Süden können wir die Mitte wegdrücken, aber Du musst da DJ mit dem BW-5, was ist da noch? Schließlich ist du weg, da haben wir da, war ja vorhin Oh, nicht kaltes Dunkel sein mit ein bisschen Glück Ach, das U-Boot zieht dich noch, scheiße, ist zu weit Bomber Mitte, C2 Bayern, was treibst du da? Ja, ist mutig Ich hab das Gefühl, ich hab vergessen, die Repairer aufs Schiff zu packen Stell dich unter CV in Deckung Ach, zu spät Ich dachte, die drücken hier ein bisschen mit So, welcher Server war jetzt gut hier? Ähm, kann sein, ist auch gut Taiwan, ok Ah, die Bomber fahren, äh, die Falter vom D3 wegziehen Es kommen wieder Bombe auf Alpha-3, Warkest Ich guck mal, vielleicht kommen wir schon an Holen wir jetzt den Raum, oder was? So, auf jeden Fall Wir holen zwar noch ein Minütchen Fleiß 2, 3, 4, 5 Es sind immer noch 6 BBs, ne, beim Regner Unterschätzt das nicht Ja, lass die U-Boote da ranfahren Wollen wir denn kleine Space vores Außenrum bilden? Blöde Frage Ja, mach doch den Rest, was da ist, probiert's Erstmal gucken, was ich neben mir DJ, rasch die Vasaille, einfach geradeaus hoch Ja, ja, ich geh geradeaus Muss er mal retten Ich mach, ich mach ihn jetzt ernst Das ist gut Chris, nicht nach links aufbiegen, ne? Ich bleib stehen Weiter, du fährst vor Oh, hast du gemerkt Huch Mich hat's rausgehauen Ach Zu viel Headshots Der CV war heute in so nah Ich hab's auch rausgehauen Ich hab's auch rausgehauen Gut, haben wir zwei freie Kräfte Die euch mal hießen Paul hat ein Pfeffnussvolle Sau Paul hat ein Pfeffnussvolle Sau Wir haben's gerade gesehen, oder? Ach komm Komm mal, komm mal, komm mal ein paar sekunden muss noch einloggen jetzt ist der südentalt wir brauchen den janaden ruhe macht der ganze arbeit da ist ja das ist ja noch die nebra bei denen im süden jetzt nicht mal so jetzt macht er noch die nebra weg dann ist das ding noch erledigt mann das andere nebra da sind ich doch kann ich auch wenn er auf keinen wohnen ja auch Katz GZ wie hast das denn gemacht weiß auch nicht mit Auto erzähl ich jetzt aber keinem ne irgendwann hat er irgendwann trifft er auch meine ja mit Auto und hat dieser den ganz ja ja da sind doch abgestaubt ist das so natürlich abgestaubt aber scheißegal hauptsache egal hauptsache 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 den vorliegen jetzt warten das haben wir fast gewonnen fassen sie mal los so ich hab fast direkt gerappt ist da oben noch ein bb irgendwo ne die uhrhote auf dem griff sind doch vier räume ins becken wir haben eine stunde vier der eine hat der hat jetzt getretet so jetzt weg ist er stark da war's